Bei Mittagessen habe ich mein Mittagessen eigentlich immer in so einer Verpackung. Da lasse ich meinen Salat, Fleisch, Reis, Gemüse mitnehmen und mache es dann in der Mikrofelle warm. Wenn ich fertig bin, schmeiße ich es dann weg. Meistens in den Plastikmüll. Warum das falsch ist, das erklärt mir heute der Herr Ulmer. Ich habe noch ein paar Resttaschentücher. Wenn ich mir die Nase schnäuze, dann schmeiße ich das eigentlich in den Papiermüll. Habe ich richtig gemacht? Nein, die gehören zum Restabfall. Weshalb? Wir wollen keine Keime verbreiten und daher gehören die benutzten Tempotaschen oder welche auch immer in den Restabfall. Herr Ulmer, nachdem ich eigentlich gegessen habe, sagen wir mal, da ist ein bisschen noch Fleisch und Reis drin, würde ich es eigentlich wegschmeißen in den Plastikmüll. Habe ich es richtig gemacht? Also wenn Verschmutzungen, starke Verschmutzungen dabei sind, dann in den Restabfall. Wenn man es mit kaltem Wasser kurz ausspült, damit die Essensrechte weg sind, kann man es auch in die Kunststoffverpackungssammlung zum gelben Sack geben. Also heißt das, obwohl das Plastik ist, gehört es trotzdem in den Restmüll, dadurch, dass da noch ein paar Reste drin sind? Genau, es geht um die Verschmutzungen. Die Sachen sollten ja recycelt werden können und daher möglichst wenig Verschmutzungen dabei sein, weil in den Sortieranlagen machen das dann die Probleme und die Verschmutzungen verunreinigen dann die Anlagen und dann haben wir Probleme im Recycling. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der schlechteste Bäcker, aber ich würde es Papier oder nee, Kunststoff würde ich jetzt Backpapier sagen, weil ich habe so oft Papier gesagt, ich sage jetzt einfach mal Kunststoff. Habe ich es diesmal wieder dichtig gemacht? Nein, es ist weder Papier noch Kunststoff. Es heißt zwar Backpapier, aber es ist beschichtet, das Papier, das sind Silikone, die da oben sind, damit das die Hitze aushält und damit das flüssigkeitsdicht ist und daher gehört das zum Restabfall. Das bedeutet, gilt das eigentlich für alles, was beschichtet ist? Nein, nicht generell. Also bei Kunststoffverpackungen gehören auch Verbundverpackungen dazu und das ist zum Beispiel ein Tetra-Pack. Der ist ja auch Papier, Aluminium, Kunststoff, also quasi ein Verbundmaterial oder Medikamentenverpackungen, Aluminium, Kunststoff, die gehören als Verpackung zum gelben Sack dazu. Also nicht in den Restmüll? Nicht in den Restabfall. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Einwegverpackungen? Das ist ja mit Abstand das Einfachste, wie man Sachen mitnehmen kann, im Büro aufwärmen kann. Wo schmeiße ich das hin? Also Einwegverpackungen, wenn sie sauber sind oder ich sage jetzt mal recht entleert, mit kaltem Wasser ausgespült, kann man sie zur Verpackungssammlung geben, ansonsten zum Restabfall. Wobei uns am liebsten ist, wenn man gar keine Einwegverpackungen verwendet, sondern Mehrwegverpackungen. Zeiten von Klimaschutz, Ressourcenschutz ist das sinnvoll, zum Beispiel solche Mehrwegdosen zu verwenden oder Trinkbecher, die ich waschen kann. Dann kann man Ressourcen schonen, das Klima schützen und alle haben was davon. So Herr Oma, wir kennen das vom Büro, das war jetzt eine Kaffeemaschine. Aber beim Kaffeeautomaten ist das so, dass du ja diese Einwegbecher bekommst. Das ist nicht gut, das kann ich mir gut vorstellen. Was wäre so eine Alternative bei so einem Kaffeeautomaten? Bei den meisten Kaffeeautomaten kann man eine Taste drücken, dass man die ohne Becher rauslassen will und dann kann man die eigene Tasse verwenden. Die stellt man am Abend dann in den Geschirrspüler und hat eine saubere Tasse am nächsten Tag. Also ein Appell an alle Kollegen beim Kaffeeautomaten, die eigene Tasse mitnehmen und nicht diese Einwegbecher. Herr Oma, vielen Dank. Sie haben es, glaube ich, ein bisschen aufgeklärt, was wohin gehört. Und Sie haben uns da noch was mitgebracht und zwar eine? Eine Abfalltrennbroschüre, also die kann man in der Gemeinde holen oder im Internet herunterladen auf abfallv.at. Und da kann man sich die gängigsten Sachen anschauen, was wohin gehört und was wo nicht hingehört. Beziehungsweise ist ja auch ein bisschen Hintergrundwissen dabei, was passiert mit den Dingen, die man sammelt und wieso man sie getrennt sammeln soll. Dankeschön. Bitte.